Vorbei und schon ist Landshut wieder zur Stelle und jetzt Kolpern hat die Scheide sicher und dann gab es noch eine kleine Auseinandersetzung zwischen Sebastian Zauner und Tyson McLellen. Ja, ich denke mal, das war eine unnötige Aktion von Zauner. Ja, wenn es jetzt keine Strafe gibt, da hat er ein bisschen Glück, der Sebastian Zauner.